Musik 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 Da ist jetzt gar nicht alles weggekommen, oder? Da ist jetzt gar nicht alles weggekommen Naja, da ist schon ein bisschen so kleines weißes Zeug Weißt du was da ist? Die haben kein Vergrößerungsglas dabei Trotzdem, dankeschön dass du wieder vollfahren kannst, mach doch und dann darfst du wieder vollfahren Na, bitte Ah, das sind die Bayerfördler Aha Da fahren Fahrerzug Haha Ett Pferde ? Pferde 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 Musik Ja, ich fahre heute Bergen von den Windern, und er fügt den Windern. Da sitzt keine Wäsche, da läuft sie nicht. Da hockt Jägerschaft auf dem Waage. Mit den Jagdhörnern. Da sitzt sie schon. Mit dem Sait zur Räder blicken. Kommt! Atvor kommt jetzt auf die Dauer. Das ist das. Das ist das, das wir hierher gehen. Das hat man nicht den ersten минут. Das ist das, das zu dir. Die Dauer. Das gilt das. Musik Musik Sonnenstern klasse Die haben uns alle ziemlich lange wartet an der prallen Sonne Ja, wir haben Glück gehabt und da wo wir so lange warten haben, haben wir gerade ein Schattephaltschiss gemacht zum Teil sind sie ganz schön an der Sonnenstern Dreiherz ist auch da oben bei Bad Wurzach. Dreiherz. Aber alles ist verstorben, da sind wir noch jahrelang hingefahren. Die Maschen ist ja so, weil wir hierher waren, da sind direkt ein Zaubein, das wäre alles. Und da sind viele eben in der Nähe. Wir haben immer eine Gräberfahrt gemacht am 1. November. Aber seit die Großeltern immer sind, wenn die Gräber sind aufgelassen, gibt es auch keinen Grund mehr, da hinzufahren. Und das sieht man auch bei den Jungen da nicht, was man mehr verwandtschaften muss. Das schmeckt nicht so. Also ich sehe das bei uns so Jungen. Was also so Freunde, ein bisschen bei Mannschaftsgarten. Das ist gut. Ja. 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 Mit Schwender, Nusterei. Ja, das ist schon gleich bei Berghad heute. Genau so ist es. Bevor man nach Talfjerk. Da kommt ja die Adlerkurve und dann geradeaus, das ist schon die Witzschwenderstraße. Wo der Knecht ist mit seiner Firma. Willst du voll bändeln? Das sagt Ihnen vielleicht auch was? Ja, genau. Da ist der Fahrtrimmer da. Das ist ein Anlaufsteller. Das ist ein ziemlich bekannter. Ja, fast. Ja, hört viel aus. Das ist unzählig. Ich war schon anhänglich. Ja, ich stehe. Bis der Strom unterscheidet. Ja. 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 Das ist kein Holzerstereoport, das ist echtes Holz, was da draufhüpft. Das ist echtes, ja. Das sollte den Winter ausreichen. Ja, dann wird es unter Verwandtung und es wird wieder ein Häuschchen. Aha. Schauen in die Waldbewirtschaftung. Das würde ja fehlen, dass wir da was Falsches noch sehen. Ja, das wird jetzt immer voller, das Zählen. Ich hätte wohl nicht, weil am Anfang was holen Sie, kommen wir noch umständen? Ja, jetzt kommen Sie kaum mehr nach mit dem Ausschenkel. Ja. Die haben sicher alle ganz schön durch. Ja. Ja. Ein Kutsche auf Rädern. Ja, und dann ein Schlitten. Das will ich sagen. Ein Schlitten auf Rädern. Ja. Ja, das ist ja rechts ... Ja, rechts? Ja, rechts? ح Dittmanns 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 Schau! Ja, mein Musik, der war die Tour. Hallo, grüß dich! Sieg, Sieg, Sieg! Musik Untertitelung. BR 2018